Wahnsinnsparty. Leider starb der Gastgeber. Es war kein Reinfall. Brooks, Sie und Edi finden raus, ob auf den Laufwerken was brauchbares ist. Hoffen wir's. Ich sag Ihnen, was wir finden, Commander. Okay. Jetzt muss ich wieder mit der Gruppe reden. Ja, das ist schon ziemlich hart, ne? Hier haben wir doch Pfannen und Zeug. Also brutzel dir halt was. Kühlschrank ist bestimmt auch was. Ansonsten bestell halt was beim Pizza fritzen. Oder so und lass dir das liefern. Schicke Party? Abgehakt. Super sexy Outfit? Abgehakt. Bekämpft das Verbrechen? Abgehakt. Naja, fast. Wir waren nah dran. Verdammt nah. Ja. Was sagst denn du dazu, Tully? Hoffentlich finden Brooks und Edi etwas auf dem Laufwerk. Das hoffe ich auch. Und wenn das alles vorbei ist, können wir ja vielleicht mal einen schönen Abend in diesem Casino verbringen. Ich sehe in meinem Terminkalender nach. Hohoho. Für sie hätte ich immer Zeit. Und hier? Die Party soll ja fantastisch gewesen sein, auch wenn nicht alles so liefige geplant. Wenigstens war es nicht völlig umsonst. So und Glühw. Grüße, Commander. Das Casino veranstaltet in einigen Monaten wieder eine Gala. Soll ich mich um Tickets bemühen? Einmal hat gereicht. Okay. Schade. Jetzt hat er vielleicht nochmal ein Wort in Totschlag gegeben. Gut. Ich gebe hier noch alles Weitere durch. Gab es wieder Begegnungen auf Leben und Tod mit Aquarien? Nicht? Schade. Ich höre Vegas Magen bis hierher knurren. Hohohoho. Und das hätte dann gegessen Fischstäbchen oder was? Oh Mann. Okay. Hier im Bad. Keiner drin, der mit mir planschen möchte. Ja. Man kann leider nicht alles haben. So wie Riggs. Was ist los, Shepard? Wollten Sie kein Date mit mir? Zu viel Grogana für Sie. Dieses Problem haben viele Leute. Die meisten davon sind tot. Hohohohoho. Hohohoho. Hohohoho. Oh, klasse. Commander. Statt das Casino in einer Verkleidung zu infiltrieren, Es wäre besser gewesen, alle Primitiven als Geiseln zu nehmen, mit dem Tode zu bedrohen und der Reihe nach zu erschießen, bis sie ihnen geben, was sie wollen. Ich werde nächstes Mal mit Freuden assistieren. Oh Mann. Javi, also was für ein Höllenluch bist denn du rausgekommen? Oh Mann. Die Frage erübrigt sich. Ich habe ihn ja befreit. Aus seinem Alkrofen. Hätte ich ihn drin gelassen, wäre er gestorben. Wäre er gestorben. Oh Mann. Das ist ja echt der reinste Zwiebelladende. So gut. Habe ich jetzt mit allen gequatscht soweit? Ich glaube, wir haben etwas, Commander. Okay. Ich bin froh, dass meine körperliche Anwesenheit für den Erfolg der Mission nicht notwendig war, Shepard. Erstmal sehen, was sie finden, bevor wir einen Sieg ausrufen. Commander, Edi und ich haben die Festplatten analysiert. Es gibt Ergebnisse, wenn sie soweit... Ja, nur zu. Nur raus damit. Die Root-Struktur der Daten wurde gelöscht, aber die logische Intaktheit bleibt gegeben. Edi hat für sowas ein Wahnsinnstalent. Ich weiß, sie ist eine KI, aber trotzdem. Wir haben eine verschlüsselte Kommunikation gefunden. Ein paar Tage alt. Sie ist in einer Minute geknackt. Eine ganze Minute? Das schafft Edi sicher in fünf Sekunden. Ich dachte, ich gebe Analystin Brooks die Chance, sich beim Entschlüsseln zu verbessern. Und jetzt kannst du nicht mehr glänzen. Muss sie auch nicht. Sie sind die Crew der Normandy. Sie sind Legenden für uns bei der Allianz. Okay, was für Legenden? Legenden können gut oder böse sein. Was sind wir? Sie sind die Art, zu der man aufschaut. Der man sein Leben verdankt. Und warum schießen dann immer alle auf uns? Das liegt nur an Ihnen, Rex. Je größer das Ziel, desto größer das, ähm, das Ziel. Soll das heißen, ich habe zugenommen? Es heißt nur, dass jetzt mehr Legende da ist. Oh! Und die Kameradschaft? Die Freundschaft? Ich glaube, das ist ihre Geheimwaffe. Ja, ich glaube, die auch. Ich weiß nicht, ob das von Rex, ob das ein Knurren darstellen sollte oder ein Kichern oder so. Ich weiß nicht, können Gauganer überhaupt kichern? Ich glaube, die lachen nur. Also richtig schwarz, so wie es halt ist. Ich bedenke, wie ich Rex damals kennengelernt habe im ersten Teil lauter Geschichte. Er hat sich doch mit den Wachen angelegt und hat gesagt, hier, sie kommen jetzt mit uns, wenn sie nicht kooperieren, bla bla bla. Und der andere dann noch gesagt, ich will das jetzt versuchen. Oh, Mann. Der hätte die einfach zerrupft. Der hätte die zerrupft. Wie nichts. So. Wir tun, was wir können, denke ich mal, nämlich. Sieht aus, als plane die Drohne einen Aufstand. Ich habe nur den Specter-Zugangscode des Commanders in den Citadel-Archiven überwacht. Auf den Schirm. Eine Notabriegelung der Archive. Wer immer ihre Unterlagen hackt, ist genau in diesem Moment dort. Was wissen wir über den Ort? Der Rat bewahrt dort heikle historische Informationen auf. Ich bin nicht mal mit meiner alten C-Sicherheit-Freigabe reingekommen. Dann müssen wir uns Zutritt verschaffen. Los, wir... Hä? Was macht der Volus hier? Ah, Pizza-Service. Ich hatte echt Hunger. Doppel-Piccaroni? Die Archive sind riesig. Eine zeitaufwendige Suche. Leider können sie nicht die ganze Crew mitnehmen. Wer sagt das? Bei dieser Sache kommen alle mit. Klasse. Aber... Wer bildet mit Ihnen die Vorhut? Und wer bezahlt die Rechnung? Das ist doch mal klasse. Das ist echt klasse. Das ist echt klasse. Oh Mann. Hier nehmen wir das alte Dream Team, so wie es früher immer war. Das beste Knödel-Team, das es gibt. Oh Mann. Das ist einfach traumhaft. So. Jetzt haben wir hier wieder eine neue... Oh, das ist eine neue Knarre. Jährlich. Tailor... Ah, die war immer scheiße. Wird immer scheiße. Vielleicht ist da jetzt diese Spezialknolle dabei. Ja, die ist tatsächlich dabei. Suppressum. Nicht übel. Echt nicht übel. Die lasse ich auch mal drin. Die gehe ich dann hin und die... Das gehe ich dann noch richtig auf... Obwohl, mehr Kapazität wäre vielleicht nicht verkehrt. Jo. Und dann machen wir hier noch ein bisschen mehr... Äh... Damage. Oder lieber doch ein bisschen mehr Präzision. Obwohl, lassen wir es so. Die hat ja schon ein Ding... Zum Ziel. Und das geht richtig gut mit der. Lassen wir das so. Ja. Denke ich mal so. Und dann machen wir hier noch die... Die Dinge rein. Nicht die Katana. Wenn die eigentlich auch ganz nett ist. Aber die ist auch total ungenau. Wo ist es? Wo ist es? Da ist sie. Ne, mal die. So, bestätigen. Ne, noch nicht bestätigen. Rex, baby. Wieso hast du nur Katana drin? Du nimmst auch mal eine... Cruise Shedder. Hier. Ich sag mal, anständige Knödelmechs. Einmal das. Und das. Super. Und du hast auch diese scheiße Pistols. Weißt du was? Da gebe ich dir auch mal die da da. So. Hier auch noch ein bisschen mehr Kapazität. Und da noch ein bisschen mehr Damage dazu gepackt. Wunderbar. Das ist das, was man braucht. M11 Suppressor. Ultimativ. So. Garus. Black Widow. Matok. Alles so, wie es muss. Alle beide auch richtig gemoddet. Gut. Bestätigen. Das ist okay. Vier Punkte. Ja. Grüner Mond. Hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Nee. Das ist okay. Ui. Der hat nur 55 Punkte. Machen wir hier mal Gorganscher Kampfmeister. So. Erhöht Kraftschaden um 20. Schildaufladungsverzeugung um minus 20. Machen wir das. Erhöht Gesundheit. Ein Schild von Kumpenmitgliedern um 20. Erhöht Gesundheit. Ein Schildbonus um 40. Nachher ein Schaden um 30. Da wirst du ein richtiger Rampage-Man. Da geht's ein richtiger Stimulanzpack. Okay. Erhöht Schadensbonus um 10. Maximal Schildbonus um 40. Machen wir das rein. Erhöht Packkapazität um 1. Erhöht Dauer um 50. Machen wir mal die Dauer verlängern. Erhöht für die Dauer der Kraft den Waffenschaden um 15. Erhöht für die Dauer der Kraft Maximalschildbonus um 60. Und den Nachkampfschaden um 30. Das ist ja nochmal richtig übel. Machen wir Waffenschaden noch ein bisschen dazu. Das gleiche mal so halbwegs aus. Barriere. Verstärken Sie Wandsung mit diesem biotischen Feld. Na klar. Machen wir es noch ein. Erhöht Schadenkraft und Radius der Denonation um 30. Ne. Verringert erlittenen Schaden um 5. Das ist gut. Erhöht Schildregenerationsrate um 15 Prozent. Solange Barriere aktiv ist. Erhöht Schaden und Kraft um 25. Solange Barriere aktiv ist. Machen wir das. Verringert Kraftgeschwindigkeitsabzug um 30. Verringert erlittenen Schaden um 10. Machen wir das. Dem machen wir dann schon einiges stabiler. Antigravitations- Blutbad. Blutbad. Erhöht Wirkungsradius um 50 Prozent. Erhöht Schaden um 30. Da, Schaden ist ja klar. Machen Sie Feinde handlungsunfähig, indem Sie sie zu Boden schlagen. Erhöht Aufladetempo. Machen wir das obere. Da muss ich gar nicht weiterlesen. Und das war's. Und man guckt mal die Helf an. 2,4. Gesundheit und 14,40 Barriere. Irre. Einfach Irre. Das ist schon geil hier. So, weiter. Das ist der beste Weg in die Archive. Die Anlage liegt unter den Bezirken. Vielleicht ein Direktangriff wegen der Überraschung? Gefällt mir. Sie werden langsam, wie's läuft. Wenn Sie lange genug bei uns sind, werden Sie, wie's läuft. Sticht, schießt. Explodiert. Aber nicht zu lange. Sonst schließen Sie noch Freundschaft mit den Asari. Das hab ich gehört. Die Archive sind irgendwo unter uns. Könnte schwierig werden, reinzukommen. Nicht wirklich. Kroganer zuerst. Wir sehen uns, Prinzessin. Oh, scheiße. Okay. Das ist ein Astreiner-Hinterhalt hier. So, das ist meine. Tja. Okay, das sind auch meine Leute. Die sind alle dort drüben. Oh man, wie sie alle lachen. Da kommt richtig Freude auf. Das ist so richtig wie Mass Effect 1. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Oh, da kommt ein ganz dicker. Wo willst du denn hin, Prinzessin? Das bin ja ich. Das bin ja ich. Verstecken? Ich bin Commander Shepard. Ich verstecke mich niemals. Daher weht also der Wind. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ein Kron. Aus derselben DNA wie Sie. Ein Klon. Cerberus hat keine Kosten gescheut, um Sie wiederzubeleben. Und ich? Ich wurde erschaffen als Ersatzteillager. Falls Sie mal einen neuen Arm, ein Herz oder eine Lunge brauchen. Wo waren Sie die ganze Zeit? Im Koma. Bis ich vor sechs Monaten erwarte. Während Sie auf der Erde in einer Gefängniszelle saßen, lernte ich, ein Mensch zu sein. Schon erstaunlich, wozu eine Person mit genügend neuralen Implantaten in der Lage ist. Oh man. Jetzt haben wir hier zur Auswahl. Wir müssen nicht kämpfen. Ein Shepard gibt es nur einmal. Wir müssen eigentlich nicht kämpfen. Sorry, ich müsste mal kurz hüsteln. So, da bin ich auch schon wieder. Ich wähle das obere. Wenn Sie wirklich ich sind, spielen wir im selben Team. Wir spielen nicht mal in derselben Liga. Hat der Unbekannte Sie geschickt? Nein. Er hat mich im Stich gelassen, als er hatte, was er wollte. Sie? Aber wozu uns dann töten? Weil ich seine Erinnerungen nicht habe, ich würde meine angeblichen Freunde niemals täuschen. Diejenigen, die ihre Pflicht vergessen und sich dem Shepard-Kult angeschlossen haben. Wie Sie, Gareth Vakarian. Ein ausgebrannter Bulle, dessen beste Zeit vorbei ist. Und Sie sind nur eine blasse Imitation des Originals. Ich bin das perfektionierte Original. Ich bin Sie, aber ohne Abnutzungen, Shepard. Ohne Zweifel, ohne Misserfolge. Ich bin der einsame Wolf, der Sie immer sein sollten. Ohne emotionale Altlasten, die mich bremsen. Niemand wird jemals glauben, dass Sie Shepard sind. Oh doch, wenn ich sein Schiff kommandiere. Hier spricht Shepard. Abriegelung der Normandy einleiten. Übermittele jetzt die Befehls-Codes. Gute Idee. Wirklich schade, dass das Signal blockiert wurde. Trainer, hier spricht Shepard. Bereiten Sie einen Notstart der Normandy vor. Wir ziehen ab. Ich übermittele jetzt die Befehls-Codes. Verstanden. Wird erledigt. Niemand nimmt mein Schiff. Jetzt bin ich sauer hier. Er friert die Hölle zu, bevor jemand mein Schiff stiehlt. Ich stiele es nicht, wenn ich sie bin. Alle hinrichten. Der Shepard-Kult endet hier und jetzt. Okay, jetzt geht es hier weiter rund. Das darf ja nicht wahr sein hier. Gut, ich gehe mal hier auf Panzerbrechende Moon. So, wo ist das Knöpfchen hier drauf? So, oh man. Das ist echt hardcore. Das ist echt hardcore. Wow, 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 wow. Gut. Onkel Rednott hat ein Geschenk für dich. Oh man, hier bricht die Hölle los. Äh, gut, Panzerbrechen aktiviert. Oh man. Was ist das? Rotfliehende Ultraleicht? Oh man. Wow. So, ich glaube, der ist fad. Du scheiße. Ach, du scheiße. Boah, der hat den auch weggebratzelt. So, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Oh, der ist umgefallen. Roman Rex macht alles im Alleingang hier. Ich komme überhaupt nicht zum Zug. Das hat. Der zwiebelst alle tot. Und da kommt schon der Nächste. Guck, der eine hat er abgehoben. Und, 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 was ist er? Oh man, ist das brutal. Er rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Okay, hier ist eine Mullbinde. Team Mako, Sie bilden die Vorhut. Jawohl. Äh, was ist denn Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen könnten. Mako. Team Hammer, Sie übernehmen die Flanke. Verstanden. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Aber da streiten sie sich wieder, weil Mako war das Fahrzeug aus dem ersten Teil. Gut, ich glaube, ich habe nichts mehr weiter übersehen. Oder doch? Lieber nochmal geguckt. Aber es ist ja nie so genau. Okay, überall alte Rechner und Grafeln. Sieht ein bisschen wirklich antiquiert aus hier. Wirklich antiquiert aus. Aber hier hat es ganz schön geknallt gerade eben. Da hat es echt geknallt. Okay, es scheint nichts mehr zu geben. Dann durch. Jetzt rennen wir mal. Ach, du liebes Lisschen. Und hier geht es weiter. Ebene 2. Sektion 42. Irgendwas. Okay, 3750 Credits. Eingesammelt. Und jetzt wissen wir auch, wer mein Gegner ist. Ich bin es selbst. Beziehungsweise ein Klon. Ein Klon, der nur dazu dienen sollte, als Organ Ersatzteillager quasi herhalten zu müssen. Hier liegen Pets, aber kann ich nichts damit machen. Oh Mann, das ist echt nicht mehr feierlich hier. Was ist denn hier drin? Warte mal, da ist irgendwas. Da ist einiges. Gehen wir mal daneben erstmal rein.